Morgen Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr fragt euch jetzt vielleicht, welche Person freiwillig um 4.20 Uhr in seiner freien Zeit aufstehen würde und warum? Nun, das ist ganz einfach zu erklären, denn das hier ist unser großer Sprinter. Den haben wir nur mitgenommen, weil hier drin ist ein Auto. Es ist nicht nur irgendein Auto. Das ist ein Goggo-Mobil von 1965, welches von der deutschen Firma Hans Glas GmbH in Dingolfing gebaut wurde. Der Goggo ist mit unter 3 Metern Länge und einer Breite von 1,33 Meter tatsächlich rundum kleiner als ein Mini. Und dank seines Leergewichtes von nur 415 Kilogramm überschreitet das Auto auch weit nicht die maximale Zuladung des Sprinters. Das Auto verfügt über einen beeindruckenden 250 Kubikzentimeter Zweizylinder mit 13,6 PS. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch ein zweites Auto gekauft, das in diesem Hänger drin ist. Jetzt denkt ihr vielleicht, es ist ein großes Auto, weil es ein großer Hänger ist. Äh, nö. Um genau zu sein, ist es noch ein Mikroauto. Ein Fiat 500. Dieser Fiat 500R von 1973 ist ein Modell der letzten Modellreihe des Fiat 500. Der Motor ist deutlich beeindruckender als der des Goggo-Mobil. 600 Kubikzentimeter. 18 PS. Eine Höchstgeschwindigkeit von 100 kmh. Dank seines spottgünstigen Preises von nur 3.000 DM, heute etwa 7.200 Euro, ist der Fiat 500 zu einer Ikone des Kleinwagenautomobilbaus geworden. Und nachdem wir alles eingeladen haben, sind wir dann endlich losgefahren. Es ist schon absurd. Du sitzt hier im Auto und hinter dir ist ein Goggo. Sieht schon lustig aus. Sag mal, Werner, tu das noch, dass das Goggo so laut ist. Goggo ist nicht laut, Goggo ist leise. Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier von der A3 Richtung Frankfurt. Lauter wahnsinnig unterwegs am Brückentag. Wir wollen mal gucken, dass wir wieder nach Hause kommen. Wir haben ein Goggo dabei und Fiat 500. Wir waren gerade bei Burger King, haben uns ordentlich einen Wuppe reingehauen. Und jetzt sitzen wir hier wie die Affen auf der Zunge und fahren wir ordentlich mit dem Sprinter wieder zurück. Es ist langweilig. Wir fahren hier mit 100 Tachos. Auf der rechten Spur in der DLK. Was ist denn 100 Tachos? Ja, der Pumat 100. Tacho 100, guck mal. Ich sag immer so, da kann ich mich an den Grundpark, da kann ich mich dort zerfen. Not sponsored by Kona. So, also das... Wow, Tesla! Holländer, läuft nicht? Gut. Alarm, Alarm. Wow! Nach einmal durch die Püftfläche kriegt ein gelbes Nummernschild. Ich sehe was, was du nicht willst. Und das ist gelb. Die Nummernschilder der Autos vor uns. Nein. Was? Das da. Oh Mann, du bist voll doof. Das Gogo hinter uns im Kofferraum. So, was ist erst grün und auf den Knopfdruck rot? Die frische Pichser. Aha, da steht ein Tesla auf dem Schall. Tesla wird nichts auf dem Schall. So, wo waren wir stehen geblieben? Was ist das denn bitte für ein Auto? Aber ein Rotes. Ein Smart mit Ultraverbreitung. Hier ein Ford, abgeklebt. Das ist ein Kia. Echt, oder? Ja. Das ist das selbe Emblem. Das ist ein Kia. Ja. Und man erkennt den Unterschied nicht. Die Dinger schauen alle gleich aus. Es ist ein SUV. Ein Mini-SUV. Wie viele verschiedene SUV-Größen hat Mercedes? Wir haben heute nachgeschaut. Schnauze. Automatische Spracherkennung. Nein. Abbrechen. Hey Mercedes. Ja, bitte. BMW ist besser. Das weiß man doch. Das weiß man doch. Wieder ein Niederländer. Jetzt treffen sich zwei Manta-Fahrer. Sagt der eine zum anderen. Hey, ich habe mir gestern einen Bühne gekauft. Sagt der andere. Und hast du schon eingebaut? Ah. Äh. Was? Gerade hinter. Lass rollen. Ja. Lass Schwung. Mit Schwung. Wo ist er? Da ist er. Man sollte wissen, dass die gekauften Autos keine Schrottmühlen sind. Beide Autos wurden vom Vorbesitzer voll restauriert mit einem vollen Bilderalbum mit je ca. 150 Bildern. Der Fiat ist ganz fertig. Beim Gogo müssen ein paar kleine Sachen fertig gemacht werden. Aber nichts Großes. Apropos. Laden wir doch mal den Gogo aus. Das Gogo-Mobil ist praktischer, als es aussieht. Laut der Werbung von Glas sollen im Auto vier erwachsene Menschen Platz haben, auch wenn das ziemlich eng werden könnte. Auch in Sachen Umweltbelastung können sich viele moderne Autos eine Scheibe abschneiden. Denn der kleine Zwei-Zylinder-Zweitakter verbraucht nur 6 Liter auf 100 Kilometer. Wir werden uns die Autos jetzt erstmal ein bisschen anschauen. Wie gut waren die Restaurationsarbeiten? Werden die Motorchen ohne Probleme laufen? Und wie viel Arbeit braucht es, bis die Autos auf der Straße sind? Wir werden es sehen, in einem anderen Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ARD Text im Auftrag von Funk